Wie ist denn die aktuelle militärische Lage in dem Land? Also ganz aktuell hören wir südlich von uns gelegen in der Stadt Nikopol, die ja über den Fluss auf der anderen Seite das größte Atomkraftwerk hat, von wo aus die Russen mit mehrfach Raketenwerfer seit dem Sommer die Stadt immer wieder beschießen, dass dort im Moment Artilleriefeuer zu hören ist, dass die Stadt eben wieder beschossen wird. Wir hören aber auch, Bachmut im Beitrag auch schon angesprochen worden, auch dort nach wie vor Kämpfe. Wir sind ja die letzten zwei Tage im Donbass unterwegs gewesen, Donetsk, Warnbis, Kramatorsk und haben dort auch sehr, sehr viel an Militärbewegung sehen können von ukrainischer Seite. Jetzt ist natürlich nicht so ganz klar, ist das ein regulärer Truppenaustausch oder ist das eine massive Truppenverstärkung, um eben den Russen da noch mehr entgegenzusetzen. Wobei man auch sagen muss, keine der beiden Seiten hat, gerade wenn es um Bachmut geht, den entscheidenden Schritt bislang machen können, weder in der Verteidigung, dass man die Russen eben wirklich massiv hätte zurückdrängen können, noch ist es den Russen gelungen, wirklich einen massiven Schritt nach vorne zu gehen. Es gibt immer wieder die Berichte von kleineren Geländegewinnen. Das sind dann kleinere Ortschaften, zum Beispiel südlich gelegen von Bachmut. Davon eine eingenommen worden von den Russen. Frage ist, können sie das halten? Und die Frage ist da natürlich auch, wie geht es dort weiter in den nächsten Wochen? Das Wetter hier im Moment sehr, sehr kalt, aber trocken. Das könnte dann dazu führen, dass die Böden dann eben auch verhärten. Das, was wir bislang an Matsch gesehen haben, gerade dort in der Region und auch an Matsch eben in den Schützengräben, das könnte alles verhärten und dann eben die Möglichkeit geben, beiden Seiten natürlich, dass man mit schwerem Gerät wieder leichter nach vorne kommt. Ich binory, wenn daughter, die die Böden dann nicht erwähnt. Ich binarios, dass das zwei beiden Tagen sehr, sehr gl teraz parallel, da war einmal heute nicht auch so genug. Das sind políticasen, das ja schon relativ viel Stress goodbye. Dann operations, die an den Rücken get saturated und gucken ab, bei der Schätzarchie über Crashbaumhaus kl contain, antes Polen 1, 10nem abends die Besatigung. Dann alles gut coup können. Also nicht immer noch ein jetzt, das Ganze ein geleres Er låter und Pathaden, mit einem kleinenodant Tarén Market.